Hallo zusammen, liebe Grüße vom Autohaus Winter hier in Bretnich. Ihr wisst, wir haben nicht nur Opel, sondern auch Peugeot. Den Schlüssel hier von Peugeot, den kennt ihr auch schon, aber das Auto noch nicht. Bleibt dran! So, den Schlüssel kennt ihr ja schon vom 308, vom 408 und vom 508. Aber den, den kennt ihr noch nicht. Der neue 3008, wie es sich für einen großen Löwen gehört. Drei große Tagfahrlichter als Krallenspuren, sieht richtig gut aus. Sportlich-aggressive Optik. Schöne Seitenlinie und für ein SUV ein sehr kurzes Heck mit einem Endenwürzel und einem großen Spoiler, der hier in der Mitte sogar noch mal die Luft durchlässt. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns von drinnen an. So, ich mache die Tür auf und sofort strahlt uns dieser schöne Curved-Display hier an. Nagelneu jetzt im Peugeot 3008 das erste Mal in der Designsprache zu sehen. Wir steigen mal fix ein. Das Lenkrad, das kennen wir, ein bisschen überarbeitet hier. Sieht aus wie Touch, ist aber immer noch ein ganz normaler Knopf. Der iTugget ist auch schon bekannt und auch hier wieder eine schöne individuelle Linie, die sich überall durchs Fahrzeug zieht. Also wenn ihr hier mal reinschaut, überall schöne Designkanten, Stoff- und Carbonoptik, alles schön abgesetzt. Und dann dieser riesige schwebende Display hier. Also das sieht schon wirklich richtig, richtig cool aus. Ich würde sagen, ihr kommt vorbei, setzt euch selbst mal hier in das Steuer, macht eine Probefahrt und überzeugt euch selbst. Bis dahin, ciao. 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 Vielen Dank.